1-Live-Domian, das 1-Live-Talk-Radio, 0800 5678 111, im WDR-Fernsehen und bei 1-Live, 0800 5678 111. So ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen zur Freitagnacht-Ausgabe von Domian, willkommen beim 1-Live-Talk-Radio, willkommen bei Domian. Wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, wir haben heute Nacht wieder eine freie Themen-Nacht, eine offene Telefon-Talk-Show, dann ruf mich ganz einfach an. Telefonnummer 0800 5678 111 oder Faxnummer 0800 5678 110. Erster Anruf heute Nacht, das ist der Jens und der ist 23. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Jens. Ich habe gestern deine Sendung gehört, also ich höre die relativ häufig, aber halt nicht jede Nacht. Ja. Du hattest ja das Thema... Ich schwimme im Geld. Schöne Geld, genau. Das schöne Geld und ich schwimme im Geld. Oder so. Ja. Und ich habe eine Freundin gehabt, von der ich mich getrennt habe, unter anderem wegen des Geldes, weil sie sehr, sehr viel Geld hatte oder hat und ich damit nicht klar gekommen bin. Wie reich war sie denn? Ich weiß nicht genau, wie reich sie ist. Sie hat, weil das Geld ist ja auch bei ihr da nicht so flüssig, sondern das ist ja auch investiert in Firmen und Immobilien und was nicht alles. Aber es sind etliche Millionen. Etliche Millionen. Und vor allen Dingen verdient sie auch nach wie vor noch. Also sie lebt jetzt nicht aus ihrem Vermögen, sondern sie verdient nach wie vor jeden Monat eine ganze Menge Kohle. Wie alt war die Freundin? Sie ist 30. Das ist also einiges älter als ich, was dann auch mit ein Problem war. Ja. Hat sie sich dieses Geld selbst erarbeitet oder sind das auch Erbschaften gewesen oder solche Sachen? Sie hat sich das selbst erarbeitet. Selbst erarbeitet. Sie singt in einer Band. Da muss sie aber nur sehr, du musst jetzt keinen Namen nennen, aber sehr erfolgreich sein, wenn sie so viele Millionen schon sich selbst verdient hat. Ja, also sie ist prominent. Das war auch mit ein Problem in unserer Beziehung. Ja, so viele Millionen auf jeden Fall genug, um eigentlich auch aufhören zu können, sage ich mal so. Also prominent, Millionärin und etwas älter als du. Ja, also das mit dem Alter war vielleicht nicht so ein Riesenproblem. Das war mehr für mich persönlich ein Problem, dass ich immer so gedacht habe, sie ist 30 oder als sonst kennengelernt habe. Aber was war denn mit dem Geld, das du sagtest, das stört mich, dass die zu viel Kohle hat? Also ich hatte nicht so das Problem, dass sie wirklich so reich war, sondern ich hatte immer so das Gefühl, dass ich mehr Spielball für sie war. Sie konnte mit ihrem Geld machen, was sie wollte und sie hat das manchmal so eingesetzt, wie ich niemals mit Geld umgehen würde. Das war nicht ständig so. Also sie hat das Geld jetzt nicht zum Fenster rausgeworden. Wie viel Geld steht dir so zur Verfügung mit 23 Jahren? 1.500 Mark oder so. 1.500 Mark. Ja, wie war denn das denn, wenn man essen geht, wenn man in den Urlaub fährt? Ja, Essen war zum Beispiel ein Riesenproblem. Und zwar hat sie zwischendurch so Abende gehabt, wo sie sagte, ich muss jetzt rausfahren, ich brauche jetzt den Kick. Und dann sind wir in ein Hotel gefahren oder ein Restaurant gefahren, das zu einem Hotel gehörte. Und da kostete schon die Vorspeise das günstigste 150 Mark. Das ist also wirklich nicht übertrieben. Es war so. Das heißt, du musstest dich dann immer einladen lassen? Ja, ich musste mich einladen lassen. Und vor allen Dingen, ja, mir gefiel das Ganze drumherum nicht. Also ich meine, ich habe kein Problem, in so ein Nobelrestaurant vielleicht noch zu gehen. Aber sie ging dann auch mit Klamotten da rein, die da nicht zu passten, nach dem Motto, ich habe ja das Geld und die können da gar nichts. Und was anderes wäre ihr in dem Moment auch nicht gut genug gewesen. War das denn für dich auch so von der Rolle sehr unangenehm, dass du immer annehmen musstest? Und du auch, ich meine, man gibt ja auch gerne, das macht ja auch Spaß. Ja, es war schwierig, ihr was zu schenken. Genau, dass du ihr letztendlich materiell gar keine Freude hast, weil sie ja eh alles hatte. Ja, oder es war auch schwierig, über manche Themen zu sprechen. Ich meine, was weiß ich, ich konnte ihr noch nicht mal erzählen, mein Auto ist kaputt oder so. Weil sie dann sofort gefragt hat, ja, wie viel brauchst du? Und sie hätten mir das dann gegeben. Da hat man manchmal so ein ganz klein bisschen das Gefühl, ich lasse mich von der etwas älteren, reichen, prominenten Frau aushalten. Ja, ja doch, also, wobei ich jetzt nicht grundsätzlich ein Problem damit habe, dass sie jetzt erfolgreich ist oder auch mehr Geld hat. Aber es war manchmal zu extrem. Verstehe, wie lange wart ihr zusammen? Wir haben uns vor viereinhalb Jahren kennengelernt, hatten zwischendurch immer wieder so Auszeiten, wo aber nicht so richtig aus war. Wo ich dann irgendwann gesagt habe, ich will nicht mehr oder wo auch andere Probleme da waren und wir uns dann lange nicht gesehen haben. Und letztlich getrennt haben wir uns jetzt im April. Also doch, dann eine recht lange Zeit. Wo hast du sie kennengelernt? Bist du so ein Backstage-Ball gewesen? Nee, ach Quatsch. Nee, das war so eine ungewöhnliche Geschichte. Also ich mache zwischendurch Nebenjobs für Verlage, mache so ein bisschen was im Bereich Werbung, Merchandising, Konzeptgestaltung und so weiter. Und sie hat mich angerufen von ihrer Firma aus, hat sich aber nicht zu erkennen gegeben als die, die sie ist und wollte mir einen Auftrag erteilen. Und da ist das ins Rollen. So kam das nicht. Was wüssten wir jetzt gerne, wer das ist? Kenne ich, ich kenne sie wahrscheinlich, ne? Also vom Fernsehen oder so. Ja, vielleicht sogar persönlich, weiß ich nicht, weil sie lange Zeit in Köln gewohnt hat. Sag bitte keinen Namen jetzt. Nein, ich möchte auch gar keinen Namen sagen, um Gottes willen. Obwohl wir es natürlich alle gerne wüssten. Also, eine reiche Frau lachst du dir so schnell nicht mehr an, glaube ich. Oder? Ich weiß es nicht, ich bin ja immer noch nicht so endgültig von ihr los. Ja. Das Problem war ja auch, ihre Prominenz dabei ist. Ja. Man konnte sich nicht nochmal treffen, meine Freunde durften sie nicht sehen. Es war immer Security irgendwo im Hintergrund. Whitney Houston wahrscheinlich. Nein! Tina Turner. Tina Turner hat auch mal in Köln gewohnt. Aber ich will es gar nicht weiter raten. Aber die ist nicht 30. Ja, das stimmt. Sie ist nicht 30. Obwohl sie jetzt neu gelüftet ist und, na, ich würde sagen, so als 35 kommt sie weg. Ja, gut, das kann sein. Aber sie ist toll gelüftet. Tina Turner sieht für ihre 60 Jahre schweinegut aus. Ja, aber sie... Ich würde sie gerne mal morgens sehen, wenn sie gerade aufgestanden ist. Ob sie dann das Gesicht ist und so. Aber die Beine... Ja, vor allem hat sie so auch Power, ne? Und dann fängt es jetzt vom Aussicht. Die Beine, die Figur, wahnsinnig. Ja, und die Stimme vor allem. Und die Stimme, genau. Aber es ist nicht Tina Turner. Es ist nicht Tina Turner, wir sind verberuhigt. Alles Gute, danke für deinen Anruf. Ja. Tschüss. Harald, nicht Schmidt, aber 31 Jahre alt. Guten Morgen. Richtig, morgen Dummjahr. Wobei Harald Schmidt nicht 31 ist, sondern der Arme ist auch schon 41. Klein bisschen drüber, ja. Klein bisschen drüber. Dein Thema, Harald. Mein Thema. Ich wollte mal ein bisschen was zu einer erotischen Spielart erzählen, die, glaube ich, noch relativ unbekannt ist. Einer neurotischen Spielart? Ja, so würde ich es jetzt erstmal bezeichnen. Vielleicht fällt mir eine bessere Bezeichnung dafür ein. Erzähl. Weight Gaining. Weight Gaining? Gaining. Gaining. Also Englisch Gewichtszunahme. Aha. Ne, habe ich noch nie gehört. Was ist das? Also, ich will mal ein bisschen weiter ausholen. Es war schon so, in der Zeit, wo man halt in die Pubertät kommt, dass mir da aufgefallen ist, dass es vorkommen konnte, wenn ich sehr viel gegessen habe, also wirklich so viel gegessen habe, dass der Bauch schon richtig rund war. Dass du aussahst wie eine Schwangere? So in etwa. So in etwa, ja. Dass mich sowas anmacht. Erotisch erregt. Und Jahre später bin ich dann übers Internet an Quellen gestoßen, wo ich feststellen musste, dass ich da kein Einzelfall war, was ich ja anfangs angenommen habe, dass es ja irgendeine Perversion nicht dauert lebe, sondern dass es da regelrechte Communities gibt, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Also mit dem Thema, dass man sich so voll isst, dadurch dick wird und das dann erotisch findet? Ja. Es gibt einmal viele, das sind diejenigen, die füttern. Und Viehdies, das sind diejenigen, die gefüttert werden. Das gibt es sowohl auf männlicher als auch auf weiblicher Seite. Also es gibt Frauen, die finden es toll, einen Mann zu messen. Es gibt Männer, die finden es toll, eine Frau zu messen. Also wir lassen mal dieses blöde englische Wort weg. Mästen ist viel schöner. Sich gegenseitig mästen. Sich gegenseitig mästen als erotisches Spiel. Ja, kann man das so sagen? Ja, richtig. Richtig. Ich werde nicht mehr. Ich werde nicht mehr. Ich habe ja letztens schon mal gesagt, ich mache seit fünf Jahren diese Sendung und in schöner, fester Reihenfolge kommen immer wieder Dinge, die ich und sicher ganz viele von euch draußen auch noch nie gehört haben. Dieses zum Beispiel habe ich noch nicht gehört und ganz viele von euch sicher auch noch nicht. Erzähl mal weiter. Also, aber das ist keine Art, keine Form der Essstörung. Nee, 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 nee. Aber ihr seid doch wahrscheinlich alle dann sehr dick, oder? Also, da gibt es natürlich einmal eine ganz krasse Unterscheidung zwischen Fantasie und Realität. Weil per se schon mal in der Realität die meisten Fantasien nicht auslebbar sind, weil sie halt einfach nachher schlicht und ergreifend Gesundheit schädigen. Aber nichtsdestotrotz passiert es auch manchmal in der Realität. Es passiert in der Realität. Lässt du dich von jemandem füttern? Nein. Du fütterst selbst? Oder wie, du fütterst dich selbst? Ich würde selber füttern. Das ist für mich reine Fantasie. Ach so, du würdest gerne jemanden anderen füttern, dass der andere so dick ist, als wäre er schwanger? Mehr als das. Also, es geht da in... Das geht in Kiloklassen rein. Ja, ich hätte beinahe gesagt, eigentlich bis zur Unbeweglichkeit, bis zur Immobilität. Aber es ist doch nur wirklich eher krank im Kopf, oder? Es ist eigentlich auch nicht mehr lustig. An dem Endpunkt, ja. Lass mich weiterfragen. Du hast das noch nicht praktiziert, Willi? Nein, auf keinen Fall. Aha, gut. Das ist schon mal auch eine wichtige Information. Ich dachte, du würdest das tagtäglich oder in festen Reihenfolge machen. Es wird praktiziert, das weiß ich. Es wird praktiziert. Also, wie sieht das denn dann aus, wenn es praktiziert wird oder in deiner Fantasie? Du fütterst jemanden, dass er wirklich kugelrund wird. Was passiert dann, wenn der andere nichts mehr essen kann? Ja, also, der eigentliche Kick ist eigentlich nicht wohl die, sag ich mal, Momente, Fressorgie, die da stattfindet, sondern das geht dann auch über einen längeren Zeitraum. Also, man verfolgt auch die körperliche Veränderung. Wie langsam ein Baurent steht, wie der Busen größer wird. Ja, der Hintergrund vielleicht auch in die Breite geht. Also, das ist für dich dann ein erotisches Moment, wenn du beobachtest, dass deine Partnerin auch durch dieses ständige Extremessen auch dicker wird. Richtig. Aha. Und wie du eben schon sagtest, es ist wohl eher krank. So habe ich halt mit 14, 15 gedacht. Und nachdem ich dann im Internet wirklich drauf gestoßen bin, dass ich da kein Einzelfall bin. Also, mich erinnert das an Marquis de Sade. Große, alte pornografische Literatur, wo man das auch lesen kann, wo die Leute das auch so mitgegeben haben. Also, man muss jetzt auch noch unterscheiden, mal kurz dazu gesagt, man darf jetzt unter Mästen nicht unbedingt Nudeln verstehen. Es kann auch durchaus sein, dass die Frau da äußerst bereitwillig mitmacht. Davon war ich jetzt sowieso ausgegangen, dass der Partner das dann auch freiwillig macht. Nicht, dass du ja im Zwang den anderen mästest. Aber dennoch, Harald, ich bin da nun wirklich offen, das wirst du vielleicht wissen, wenn du mich kennst, für die diversen sexuellen Spielarten. Aber im Moment sagt mir meine Intuition, da ist Schluss. Weil man ganz einfach die Gesundheit, die eigene Gesundheit, wenn man denn sich mästen lassen würde, extremst gefährdet damit. Ja, sehe ich auch ganz genauso. Ich würde es auch niemals ausleben. Eine Fantasie, die ich mir vorstellen könnte, wo man es ausleben könnte. Das wäre mit Sicherheit irgendwann in der Zukunft, dass man sowas mal auf visuellem Wege macht. Also, du weißt aber, dass es so Leute gibt. Du hast im Internet da Kontaktanzeigen gefunden. Ja, also finden tut man so noch selten. Man kann Fälle verfolgen. Der Fall, den ich mal verfolgen konnte, der eigentlich am gravierendsten war, war halt von 90 Kilo auf 180 innerhalb von zwei Jahren. Nun liegt ja doch die Frage nahe, wenn dich das so beschäftigt und das so auch deine sexuelle Fantasie steigert, dass du es nicht einmal mal gemacht hast mit jemandem. Ich denke mal, bei mir ist der Voyeurismus da wohl eher im Vordergrund. Weil es ist für mich ganz klar die Tatsache, es ist gesundheitsschädlich. Es kann eigentlich nur eine Fantasie sein. Gemalt reicht es eigentlich schon. Aber ich glaube, dass man auch vorsichtig sein muss bei sich selbst mit solchen Extremfantasien. Wenn man sich zu sehr dort hineinsteigert, besteht schon die Gefahr, dass man den Bezug zur Realität verliert und so die andere Sexualität, die normale Sexualität gar nicht mehr leben kann. Siehst du dich da in dieser Gefahr? Nee, eigentlich nicht. Wie lebst du? Lebst du in einer Beziehung? Nein. Aber du hast ab und zu oder regen sexuellen Verkehr und Kontakt? Habe ich ja. Hast du? Und denkst währenddessen dann nicht immer an das Mästen? Ich denke wohl dran. Das muss ja nicht unbedingt heißen, dass ich demjenigen mitteile. Denkst du denn auch, wenn du Spaß mit dir selbst hast, immer im Kontext von diesen Gedanken, also denkst du an Essen? Das ist ja schon verrückt. Du bist 31 Jahre. Wie lange beschäftigst du dich damit schon fantasiemäßig? Ja, seitdem ich 14, 15 bin. Da fühlen wir das das erste Mal auf. Das mich also erregt, zum Beispiel ein Kissen unter das Hemd zu stecken oder so, damit man halt einen Bauch kriegt. Das hat nichts mit Schwangerschaft zu tun. Ich glaube, es gibt überhaupt gar nichts mehr, was Menschen nicht irgendwie vielleicht auch erregen könnte. Vielleicht sogar, wenn, ich weiß es nicht, wenn ich eine Wasserflasche halte. Ja gut, das ist ja wahrscheinlich jetzt noch ein ganz einfaches Beispiel. Aber was man alles so mitkriegt, scheinen ja die diversesten Dinge, Menschen sexuell erregen zu können, wovon andere gar keine Möglichkeit haben, es nachzuvollziehen. Ja, also was ich unter anderem faszinierend daran finde, wie gesagt, anfangs habe ich auch gedacht, ich bin da ein Einzelfall. Und man findet andere Menschen im Internet. Und man kann aber auch den Lebenslauf verfolgen. Waren ähnlich. Bei allen, die im Internet stehen, die es behaupten können, fing es auch so an, dass sie irgendwann mal einen Kissen irgendwo hingesteckt haben. Oder dergleichen. Also ich wünsche dir eigentlich, dass es reine Fantasie bleibt. Dass du gar nicht in Kontakt, in realen Kontakt mit solchen Dingen kommst. Da kann man davon ausgehen. Ja, dann bin ich beruhigt. Aber interessant, dass du uns das erzählt hast. Nun wissen wir wieder ein bisschen mehr von den Menschen und der Welt. Dankeschön, Harald. Okay, gerne. Ciao. Lieben, wenn ihr mich auch anrufen wollt mit eher bizarren Dingen wie gerade oder vielleicht auch sehr ernsthaften Themen, die euch interessieren, über die ihr gerne mit mir reden wollt, ruft mich an 0800 5678 111 oder faxt mir 0800 5678 100 und 10. Nächster ist der Markus und Markus ist 25 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, grüß dich Jürgen. Hallo, erstmal Kompliment. Danke. Deine Sendung ist toll, das weißt du ja selber. Ich danke dir herzlich. Ja, bitteschön. Und zwar, mein Thema ist das Leben nach dem Tod. Ja. Und zwar fing das an im Jahre 1997, da ist mein Vater gestorben. Und im Anschluss nach dem Tod von meinem Vater, zwei Tage später, ist meine Tochter geboren. Und danach sind bei uns zu Hause seltsame Dinge geschehen. Und zwar setzte sich das auf folgender Magen zusammen. Wir lagen zusammen im Bett, also ich und meine Ex-Freundin. Und wir waren so halb am Einschlafen und auf einmal war das ganze Zimmer voller heller Blitze und komplett erhellt. Ja, also es war keine Elektrizität, es war kein Lampenlicht, sondern ich weiß nicht, was es für ein Licht war. Es war nur in einem Zimmer, es kam nicht von draußen rein. Ne, das war nur im Zimmer. Und das verschwand dann nach draußen, also wenn es durch die Scheibe geschossen wäre und war auf einmal weg. Und seit dem Jahr 1997 werden wir nur mit solchen Sachen konfrontiert. Zum Beispiel was noch? Ja, beziehungsweise meine Mutter ist nachts wach geworden. Das hört sich jetzt bestimmt ziemlich dumm an. Die ist in der Seite gepufft worden, also richtig gekniffen worden. Von einem Geist? Ich weiß nicht, was es ist, Jürgen. Also ob es ein Geist ist, ich bin immer Realist gewesen. Ich habe eigentlich die Leute mal ausgelacht. Ja, also es hat geblitzt im Zimmer. Ja, genau. Die Mutter ist in die Seite gepufft worden, gekniffen worden. Was noch? Ja, meine jetzige Freundin zum Beispiel, jetzt neben mir sitzt hier. Die hat das auch erlebt. Also es sind mittlerweile schon drei Personen, die das mit mir zusammen erlebt haben. Also am meisten sind es halt Lichtgestalten. Also ich bin jetzt nicht verrückt, ich bin auch in keiner Sechstelle. Moment mal, Lichtgestalten, das heißt ihr seht auch, ihr seht Wesen in eurer Wohnung, in eurem Haus? Ja, das ist richtig. Also richtig mit Umriss. Das heißt, du kannst keine Gesichter erkennen, aber wirklich richtige Lichtgestalten in Lebensgröße. Aber du weißt halt nicht, was es für Personen oder für Sachen oder für Wesen sind. Und das kommt öfter vor, dass ihr so etwas seht? Ja, und das ist kein Witz. Jetzt sag ich dir noch was. Ja, sag dir noch was. Ich war damit bei unserem Kirchenpfarrer. Ja, ja. Und der sagte zu mir, ich sollte mal zur Sektenberatung gehen. Das ist jetzt kein Witz, das ist wirklich kein Scheiß. Wie gesagt, ich habe davor ja auch nicht dran geglaubt. Das ist absolut merkwürdig, sowas. Und ich weiß auch wirklich nicht, was ich davon halten soll und was ich dagegen tun soll. Du sollst zur Sektenberatung gehen, weil du solche Erscheinungen in deinem Haus siehst? Genau, richtig. Und wie gesagt, ich habe es nie alleine gesehen. Ich habe es immer nur im Gegenwart von meiner Freundin gesehen. Also man würde jetzt sagen, bei euch im Haus spukt es. Richtig, genau. Du erzählst das aber mit so einem Schmackes, dass ich gar nicht den Eindruck habe, dass dich das beängstigt oder gruselt. Ja, also mittlerweile, wenn du das jetzt seit dreien Jahren erlebst, dann findest du dich irgendwie damit ab. Weil du kannst es dir nicht erklären. Ich habe ja gerade schon gesagt, ich bin Realist normalerweise. Nur nach all diesen Geschichten, was uns da passiert ist, da wirst du ziemlich nachdenken. Und du siehst da einen Zusammenhang zwischen dem Tod deines Vaters 1997 und diesem Phänomen? Ja, weil erst ab dem Tod, also kurz nach dem Tod von meinem Vater, ging das eigentlich erst los alles. Und von der Kirche her wirst du halt belächelt. Und wenn du dich mit mehreren Leuten unterhältst, also es gibt irgendwo immer Personen, die ähnliche Sachen erlebt haben. Ja, das ist bei dieser Thematik sowieso immer sehr erstaunlich. Auf der einen Seite lächeln alle und denken, naja, er spinnt oder der bildet sich das ein. Andererseits haben die meisten Menschen irgendwie vielleicht selbst auch mal so etwas erlebt oder haben in ihrem Bekanntenkreis oder Verwandtenkreis von solchen Geschichten gehört. Und die meisten denken ja auch so, naja, vielleicht kann es ja doch sein. Richtig. Irgendwie so. Ja, ja. Und dann stehst du natürlich da und du weißt im Prinzip gar nicht, was du machen sollst. Denn ich habe, also wie gesagt, vorher, im Vorhinein habe ich auch, wir haben uns schon von klein auf eigentlich über solche Sachen unterhalten, aber ich habe das immer abgetan, weil ich bin immer realistisch gewesen. Aber ihr seid ja nicht bisher auf die Idee gekommen, die Wohnung, das Haus zu verlassen. Ist das ein Haus eigentlich oder eine Wohnung? Ne, das war eine Mietwohnung war das. Das war eine 300-Zimmer-Wohnung. Wieso wahr? Wohnt ihr da nicht mehr? Ne, meine Mutter ist ausgezogen und ich lebe jetzt mit meiner neuen Freundin zusammen. Wie, und in der neuen Wohnung gibt es auch diese Erscheinung? Richtig, genau. Ich wollte mir gerade sagen, warum habt ihr die Wohnung nicht gewechselt? Aber nun verfolgt euch ja quasi das Phänomen, der Geist. Ja, ganz genau. Und du hast im Prinzip keine Möglichkeit, da der Sache zu entkommen. Ich weiß, dass sich das total verrückt anhört, ne? Aber ich bin der Letzte, der über solche... Nein, weißt du was, was dich verrückt anhört, ist, dass du das so erzählst, wie... Na, es ist halt so und ich lebe halt damit. Mir macht das eigentlich gar nichts aus. Ja, was willst du machen? Das weiß ich auch nicht, aber das wundert mich. Ich glaube, wenn ich so etwas erleben würde, wäre ich existenziell erschüttert und hätte Schiss in der Büchse und wüsste gar nicht, was ich machen sollte. Ja. Und würde mit zitternder Stimme das irgendwelchen Leuten erzählen. Aber du erzählst das ja so, als würdest du von irgendeiner Fernsehsendung erzählen. Ja, das mag vielleicht jetzt so rüberkommen, aber jetzt im Moment stehen mir auch die Nackenhaare zu Berge. Also ich habe jetzt auch schon eine Gänsehaut. Ich bin auch total nervös jetzt, wenn ich darüber rede. Wie oft kommt das denn vor, diese Erscheinung? Also generell im Durchschnitt kannst du sozusagen so zweimal im Monat knapp. Also kannst du wirklich regelmäßig vor nachdenken. Aber ganz im Ernst, hat das nicht doch auch die Folge, dass du irgendwie so mit Angst ins Bett gehst oder mit Angst vielleicht mal nachts zum Kühlschrank wanderst, dass du die Vermutung hast, da passiert jetzt wieder irgendwas? Ja, siehste, genau das habe ich mir gedacht. Ich habe mir gedacht, erst wenn ich das alleine gesehen hätte, hätte ich das auf die Trauerreaktion abgeschrieben. Aber es ist wirklich nur passiert, wenn entweder meine Freundin dabei war, die hat das mitgesehen oder meine Mutter. Meine Freundin sitzt neben mir, die hat sogar einmal selber etwas erlebt, alleine. Das war jetzt eigentlich gar nicht meine Frage, aber die Frage war, hast du nicht dennoch Angst, wenn du nachts und alleine irgendwie aufstehst und deine Freundin schläft und du hast vielleicht die Vermutung, es könnte wieder passieren? Ach so, ja natürlich. Natürlich, ich meine, wenn du nachts auf Toilette gehst, also ich habe immer das nicht da, ne? Also ich habe in Sachen Geister keinen Rat. Ich weiß es nicht, wenn die Kirche dir schon nicht weiterhelfen kann, vielleicht solltest du dich mal an die Universität Freiburg wenden. Da gibt es nämlich ein parapsychologisches Institut. Vielleicht können die dir irgendwelche Tipps geben, woher das kommt und was das ist und wie man damit umgehen könnte. Und die sind in Freiburg. Die sind in Freiburg. Wenn du willst, können wir dir gleich eine Adresse geben. Das ist das einzige seriöse Institut, die sich mit solchen vielleicht übernatürlichen Phänomenen beschäftigt. Dann leg mal auf, wir rufen dich gleich nochmal an, okay? Ja, das ist eine tolle Sache. Okay, danke schön. Tschüss. Es ist als nächstes dran die Sandra und die ist 29 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Sandra. Dein Thema? Ja, mein Thema ist Big Brother. Es geht ja wieder los, ne? Morgen. Morgen geht's los. Ja. Und ich werde es nicht sehen können. Ja, ich, also. Bist du, um es gleich vorweg zu klären, bist du Kandidatin? Ja, ich wäre beinahe gewesen. Ist es wahr? In Anführungszeichen beinahe, sagen wir mal so. Ich war beim Casting dabei. Ja. Und bin dort eingeladen worden, habe einen Brief bekommen, fünf Stunden Casting und so weiter. Und war da nach München gefahren von Zerbrücken. Ja, nach zehn Minuten durfte ich dann wieder nach Hause gehen. Nach zehn Minuten, was ist denn in den zehn Minuten passiert? Wir hatten da so zwei Spiele gemacht. Einmal so ein Kartenhaus sollten wir aufbauen und danach dann so ein Karaoke-Spiel. Und dann haben die eine Vorausswahl getroffen von 20 Leuten und die durften dann nach Hause gehen. Und zehn durften weiter bleiben für halt ein persönliches Casting, sag ich jetzt mal. Also musst du einen schlechten Eindruck gemacht haben, sonst hätten sie dich nach zehn Minuten nicht mehr rausgeschmissen. Wahrscheinlich, ne? Ja, gut. Die haben ja auch eine irre Arbeit gehabt. Die haben, das habe ich gelesen, 60.000 Bewerbungen. Ja, ich sehe das auch so. Nur halt, die haben mir halt geschrieben, dass es fünf Stunden dauert, ne? Und da habe ich mich drauf eingestellt, ne? Haben die Kollegen dir denn wenigstens die Reise bezahlt? Gar nichts. Null. Und bitte, du hast es selbst bezahlt, von Saarbrücken nach München zu fahren? Und Hotel komplett und nach zehn Minuten durfte ich dann gehen, ne? Ach, das ist aber nur wirklich gemein. Die machen so viel Kohle damit, dann könnten sie das wirklich den Kandidaten auch bezahlen. Ganz genau, ne? Also, das ist unglaublich. Die machen so viel Geld und die Leute bekommen da gar nichts, ne? Andererseits werden die wahrscheinlich so sagen, naja, die können das investieren, die Kandidaten. Wenn sie es denn werden, dann werden sie ja auch sehr viel Geld verdienen. Und das, sage ich jetzt mal, was da dran fies war, sage ich jetzt einfach mal so. So, da wurde man praktisch, in zehn Minuten muss man auf Hochleistung kommen, ne? Praktisch. Da kann man sich gar nicht so richtig geben, wie man selber ist, ne? Man muss so spielen, innerhalb von zehn Minuten, hauptsache laut gelacht. Ich denke, auch ein irrer Leistungsdruck, ne? Ja, sicher. Und jeder will der Beste sein und will sich am besten präsentieren. Ja, sicher. Man braucht manchmal ein bisschen länger, bis man mit Leuten warm wird, ne? Und dann ist es bei mir okay, ne? Aber nach zehn Minuten... Wie sah denn überhaupt die schriftliche Bewerbung aus? Was musste man da machen? Ja, ich habe eine Bewerbung halt hingeschickt und ein Foto. Was heißt Bewerbung? Muss man da schon auch viele Fragen ausfüllen? Oder einfach nur hiermit bewerbe ich mich für? Ja, genau. Warum man sich bewirbt, warum man denkt, dass man gut ist für dieses Big Brother Projekt. Warum dachtest du denn, dass du gut bist für das Big Brother Projekt? Ja, aber ich bin halt ein richtiger Mensch und mache jeden Scheiß mit. Und ja, ich habe gedacht, weil ich auch lesbisch bin und so, vielleicht habe ich da ja noch mehr, so bessere Chancen. Und das war auch so gewähnt. Kann sein, ne? Ich glaube, ein Schwuler ist, glaube ich, morgen drin, ne? Ja, ja. Lesbe weiß ich nicht. Genau, nee, nee. Also ich habe gedacht, vielleicht habe ich auch bessere Chancen, weil die suchen ja praktisch so Paradiesfüge, sage ich jetzt. Überhaupt, Sandra. Was war denn deine Grundmotivation, da mitzumachen? Warum? Weil ich mich gerne so in Zähnensätze und so weiter mache. Also Exhibitionismus schon. Genau. Und ja, dann braucht man nicht mehr zu arbeiten. Naja, also so einfach ist es vielleicht dann auch nicht. Ja, es ist schon ein bisschen Stress, das ist klar, aber das hätte ich gerne gemacht. Also Exhibitionismus und die Hoffnung, vielleicht da entweder direkt viel Kohle zu verdienen oder als Folge des Auftrittes in Big Brother irgendwann einen Plattenvertrag oder eine Rolle irgendwo zu bekommen oder sowas. Ja, glaube ich zwar nicht. Aber... Nee, nee, das ist aber, wahrscheinlich, das haben alle jetzt im Kopf, vor allen Dingen, die jetzt in die zweite Staffel gehen, ne? Finde ich, ganz klar. Ja. Auf jeden Fall bin ich mal ganz schön gespannt drauf, was da jetzt abgeht. So, jetzt zehn Minuten warst du da und dann bist du wieder zurück nach der Brücke gefahren und hast gedacht, shit. Und war ganz enttäuscht und deprimiert und scheiße. Jetzt bist du wahrscheinlich ab morgen dann auch jeden Tag dabei oder bei jeder Sendung dabei. Ja, auf jeden Fall. Ja. Wer hat dich denn bei der letzten Staffel am meisten interessiert oder beeindruckt? Ähm, der Jürgen auf jeden Fall. Und als zweites auf jeden Fall die Andrea. Die war super cool. So der Rest, naja, glatter Durchschnitt, sag ich jetzt mal. Glaubst du denn, dass diese zweite Staffel wieder so ein Erfolg, so ein Medienteater wird? Ich glaube nicht, weil die Leute, ich glaube, die sind so viel hochgepusht jetzt. Und das ist nicht mehr so natürlich, wie es mal war. Aber es wird härter. Und man sagt, dass viel mehr Sex zu sehen sein wird. Wir werden also demnächst Softporno gucken können um Viertel nach acht. Ähä. Hört mal so. Die werden das natürlich alles ein bisschen hochschrauben, um es attraktiver für uns zu machen. Ja, da ist eine Stripperin dabei, ne? Schade, dass du nicht dabei bist. Dann hätten wir da vielleicht auch von einer ganz anderen Variante da mal ein bisschen spinksen können. Aber es wäre natürlich hart gewesen, wenn da keine lesbischen Frauen... Das ist wirklich schade. Bist du denn solo im Moment? Ne, ich habe eine Freundin. Ach, und die hätte das mitgemacht? Die hätte sich im Hintergrund gehalten, ja. Und die hätte auch nichts dagegen gehabt, wenn du in dem Container eine Frau angebaggert hättest? Dann hätte es wahrscheinlich Probleme gegeben. Ach so. Wahrscheinlich hätte es da mit der Uzi vor dem Haus gestanden. Das heißt, du hättest dich schon zurückhalten müssen? Ja, da hätte ich mich vor ein paar Wochen beherrscht. Aber das genau wollen die ja nicht. Vielleicht bist du nicht genommen worden, weil du eine Partnerin hast. Vielleicht wollen die eine Lesbe, die so richtig... Ich habe ja gesagt, ich bin solo. Meine Freundin wollte das so, ne? Ach so, ach so. Die wollte damit nichts zu tun haben. Na gut, Sandra. Also es sollte nicht sein, ne? Das muss man jetzt irgendwie so hinnehmen. Gibt es andere Sachen. Vielleicht gibt es irgendwann eine andere Chance. Genau. Darf ich noch meine Freundin grüßen? Ja, bitte. Darfst du? Okay, ich grüße dich. Alles klar, ich grüße dich. Ich grüße dich auch. Okay, super. Tschüss, Sandra. Ciao. Ciao. Es geht weiter mit Stefan. Und Stefan ist 22 Jahre alt. Morgen. Ja, morgen Jürgen. Hallo Stefan. Ja, ich habe ein Beziehungsproblem. Ich habe gerade... Also ich bin ein bisschen aufgeregt, muss ich erstmal ganz kurz sagen, weil das noch nicht so lange her ist. Ja. Um 14 Uhr vor eins das Gespräch mit meiner Freundin beendet. Also ganz kurze Vorgeschichte. Meine Freundin spielt professionell Geige in einem renommierten Orchester. Und die Vorgeschichte ist eben, dass mein Vater am Montag einen Angina-Pectoris-Anfall hatte. Also das ist ähnlich wie ein Herzinfarkt. Das hat ihm ja meine Schwester am Telefon gesagt um 14 Uhr. Ich hatte eigentlich um 15 Uhr arbeiten müssen. Sie ging natürlich dann flach. Hatte ihr dann versucht, über ihren Vater auszurichten, dass ich dann von meiner jetzigen Studentenstadt nach Mörs fahre, also in meiner Heimatstadt. Und ihr das so mitzuteilen über den Vater. Und ja, ich bin natürlich nach Mörs gefahren zu meinem Vater. Es stellte sich nachher heraus, dass es gar nicht so schlimm war. Und ihr Vater hat ihr dann nach dem Konzert abends um halb elf gesagt, dass mein Vater einen Herzinfarkt hatte. Also er hat das ein bisschen dramatisiert. Konnte wahrscheinlich mit dem Begriff Angina-Pectoris nicht so viel anfangen. Ja, und jetzt kommt das richtig Krasse. Sie hatte mir dann jetzt Vorwürfe gemacht, dass ich sie in ihrer schwierigen Zeit im Moment mit den ganzen Konzerten und Auftritten mit solchen in Anführungszeichen belanglosen Sachen störe. Also sie fühlte sich genötigt, danach zu mir zu kommen. Moment, wir stellen nochmal klar, der Vater, ihr Vater, hat ihr das erst nach dem Konzert gesagt? Ja, er hatte auch vorher keine Möglichkeit dazu. Und sie ist im Moment in einer wichtigen Phase und hat mehrere Auftritte? Genau. Und sie wollte es überhaupt nicht hören? Sie wollte es nicht hören. Also wir haben uns auch in der letzten Zeit kaum telefoniert, weil sie sich dann auch abgelenkt fühlt. Ich kann das bis zu einem gewissen Maße verstehen, aber das hat mich ja nicht richtig fertig gemacht. Nein. Also sowas kann man auch einfach nicht sagen. Nein, Stefan, nein, nein, nichts, komm. Nein, nein, das kann man nicht verstehen. Da gibt es aber auch überhaupt gar keine Entschuldigung. Und wenn sie so viel Mutter wäre oder was ich wäre und die wichtigsten Konzerte in New York oder in Tokio hat, wenn der Schwiegervater in Spee schwerstkrank... Das ist natürlich relativ, wir sind zweieinhalb Monate. Na gut, ist egal. Aber es ist dein Vater. Ja. Und es ist ein für dich so ungeheuer wichtiger Mensch. Und sie ist mit dir verbunden. Ja. Und du bist ihr Geliebter. Und wenn dein Papa so schwer krank wird... Ja, also ich muss vorausschicken, ich war natürlich ein bisschen nervös, meine Mutter war ziemlich aufgelöst. Ich hatte natürlich von meiner Studentenstadt aus dann noch den Krankenwagen gerufen, wusste halt nicht genau, was abgeht. Und diesbezüglich bin ich auch ohne richtige Informationen dann in meine Heimatstadt gefahren. Ist ja alles egal. Ja. Ist ja alles nebensächlich. Ja. Die Tatsache ist, dass die Dame in ihrem Ehrgeiz, in ihrem kranken Ehrgeiz vielleicht, sage ich Also ich meine, wir verstehen uns wirklich gut. Aber Geige ist natürlich ihr absoluter Muss. Hast du gerade gesagt, dass du heute gerade mit ihr geredet hast? Wir haben uns eigentlich ziemlich gestritten. Also es gibt also... Wir können uns super gut unterhalten. Wir verstehen uns wirklich gut. Und es gibt natürlich noch andere Geschichten, die bei uns nicht so funktionieren. Ich muss auch dazu sagen, dass sie aus einer etwas gehobeneren sozialen Schicht kommt. Und ich ja dann eigentlich nicht so. Ich denke mal, ich bin eigentlich relativ normal gewesen. Und sie verlangt halt von mir so viele Kavaliersdelikte. Also ich habe im Moment das Problem, das hört sich da super banal an, das Schloss meiner Fahrradtür ist kaputt. Und es ist dann halt schon mal vorgekommen, dass ich hier nicht die Beifahrertür aufgeschlossen habe und ihr den Schlüssel in die Hand gestreckt habe. Das war im Urlaub, ja. Ich meine, es gab da keine Verpflichtungen. Und das war für sie ein Problem und da hatten wir uns gestritten. Na, was ist denn das für ein überzüchtetes Dämchen? Na, hör mal. Also das ist ja nur Pille-Palle mit der Autotür. Wirst aber auch ein Bild aussehen. Das andere finde ich super ernst. Also ich habe das jetzt gerade vielleicht ein bisschen dramatisiert. So kam es auf jeden Fall rüber und so hat es mir das auch zu verstehen gegeben. Ich meine, sie ist nach, das Ende vom Lied, weil sie ist dann noch, hat ihre Mutter nach Hause gefahren nach dem Konzert, war noch fünf Minuten bei mir, muss ich vielleicht nicht so sagen. Es stellte sich, wie gesagt, auch heraus, dass es nicht so schlimm war. Ja, aber da gerade hätte sie sich dann doch freuen müssen mit dir zusammen, dass es nicht so ganz schlimm ist. Ja, ja, genau. Ich meine, in der Situation war es auch nicht so schlimm. Ich habe es auch gar nicht so empfunden. Aber sie hat dann halt mir jetzt im Nachhinein, das hat sie mir heute erst gesagt, dass sie das halt nicht in Ordnung fand, dass ich ihr in dieser Lage, in der sie sich im Moment befindet. Finde ich völlig abtorend. Also wenn ich mit so jemandem verbunden wäre, ich glaube, der hätte dadurch, durch diese Aktion schon ausgeschissen bei mir, Stefan. Dein Papa könnte sterben und sie will damit nicht behelligt werden, weil sie ihre Konzerte spielen muss. Das heißt das nicht. Nichts anderes heißt das. Ja, das stimmt. Ist doch zum Kotzen. Was ist das für eine Frau? Und nichts ist das. Ja, die Frage ist, was soll ich jetzt machen? Weg. Weg mit weg. Aber ich meine, sie ist wirklich, also... Das finde ich so, das würde mich so kränken und so beleidigen, wenn sie meine Familie, meinen Vater nicht ernst nehmen würde. Was erwachtest du denn von dieser Frau? Denkst du, die würde sich um dich kümmern, wenn du plötzlich jetzt einen Unfall hättest oder so? Dann gingen die erst mal geigen. Und dann irgendwann, wenn sie vielleicht Sommerpause hat, kommt sie mal zu dir ins Krankenhaus, wenn überhaupt noch. Ja. Du bist irgendwas für die. Du bist so ein Beiwerk. Die erste Geige spielt die Geige. Das kann ich aber allerdings ein bisschen verstehen. Ein bisschen. Ja, aber ich finde es... Aber wirklich nur ein ganz kleines bisschen. Ja, das kann ich jetzt ein bisschen sagen, dass ich hier ziemlich devot bin. So ist es natürlich nicht. Also wir haben uns da richtig schön gefetzt. Das war eigentlich nicht mehr feierlich. Und ich bin eigentlich auch ein Typ, der da immer gerne auf den Putz haut. Nur ich bin auch ein bisschen beziehungsgeschädigt. Also ich habe jetzt zwei Jahre und zwei Monate hinter mich gebracht. Und bin danach halt mit dieser Frau zusammengekommen. Und bin dann halt sehr harmoniebedürftig. Ja, und du bist wahrscheinlich auch noch in der Verliebtheitsphase, wo man eh zwei Augen oder fünf Augen zudrückt. Ja, genau. Kann man so sagen. Dass man das alles nicht so sieht. Ich finde, ich sage nochmal, es wirft ein ganz schlechtes Licht auf den Charakter. Oder es zeigt, was für einen schlechten Charakter dieses Mädchen hat. Wie alt ist sie eigentlich? 21. 21. Aber die Frage, die ich jetzt mal habe, ist... Also sie erzählt mir die ganze Zeit, also ihr Vater ist relativ betucht, sagen wir mal so, hat auch da ein bisschen zu tun mit dem Genre, dass es halt in einer gewissen sozialen Schicht einfach so ist. Ja, und da habe ich gesagt, ich meine, ich bin kein schlimmer Mensch und kenne mich mit Manieren aus und sowas. Aber das ist doch... Ich meine jetzt das mit dem Autoschloss und solchen Sachen. Nein, das ist nur dämlich. Das ist nur lächerlich. Es ist völlig lächerlich. Das ist nur dämlich. Es ist eine Frau, die sich über ihr Äußeres, über ihr Image zu definieren scheint. Ja gut, sie hat auch ein bisschen Probleme mit der Kindheit gehabt. Ja, komm, 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 hör auf, komm. Jetzt bleibt mit der Kindheit zurück. Nee, 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 nee. Klingt alles ziemlich bescheuert, ehrlich gesagt, Stefan, du Armer. Und jetzt hängst du noch an den Klauen von diesem Vibe. Ja, das ist ein bisschen problematisch. Also mit dem Vater gibt es nichts zu scherzen. Das würde mich tiefgründig verletzen und das wäre ganz schwer einzurenken, wenn ich du wäre. Da müsste sie sich schon sehr anstrengen, um das wieder gut zu machen. Ja, aber sie sieht es ja gar nicht so. Umso schlimmer, umso schlimmer. Tschüss, tschüss, meine Liebe. In diesem Sinne, Stefan. Ich wünsche dir Toi, 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 was immer du auch machst. Ja. Wiederhören. Alles klar, tschau, schönen Abend noch mal. 1.33 Uhr und 50 Sekunden und jetzt machen wir unsere kleine Pause. 4.3 Uhr und homeschooled. 1.3 Uhr. Jetzt geht es bei derrated dude, bitte zu re almost herreters. 1.4 Uhr. 2.3 Uhr. 2.4 Uhr. 2.5 Uhr. 2.5 Uhr. 1.4 Uhr. D님 kuin befinsen Sie. 3.5 Uhr. 3.2 Uhr. 5.5 Uhr. 1.34 und 44 Sekunden, hier ist Radio 1 Live und das WDR Fernsehen mit der WDR Telefontalkshow Domian. Heute Nacht eine freie Themennacht, ihr könnt mich anrufen. Wenn ihr mit mir reden wollt, hier in der tiefen Nacht, in der tiefen Spätsommernacht, ruft mich an. Telefonnummer 0800 5678 111. Nächste Woche, in der Nacht von Montag auf Dienstag, also unsere nächste Sendung. Das ist eine ganz besondere Sendung, denn das ist unsere tausendste Ausgabe. Das muss man sich mal vorstellen. Wir haben tausend Sendungen hier produziert. Und da wollen wir ein bisschen was Besonderes machen, nämlich wir wollen den Spieß rumdrehen. Ich frage euch nicht, wir unterhalten uns nicht so von der Seite aus, sondern ihr könnt mich eine Stunde lang befragen. Und ihr könnt mich alles fragen, was ihr mich schon immer mal fragen wolltet. Zur Person, zur Sendung, zu irgendwelchen Themen, zu gesellschaftlichen Themen, zu, wie gesagt, privaten Themen, was auch immer. Also in der Nacht von Montag auf Dienstag, die tausendste Ausgabe von Domian. Das, was wir damals gar nicht gedacht haben, als wir angefangen haben. So ihr Lieben, jetzt kommt Carmen dran. Und Carmen ist 30 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Hallo. Hallo Carmen. Ich möchte dir fürs Wochenende noch was Schönes erzählen. Ach, das ist aber sehr nett. Geil, damit du schön und beschwingt das Wochenende ging hast. Ja, so will ich es. Ich habe mir heute meinen größten Traum erfüllt und meinen größten Wunsch. Ich habe mir heute Morgen die Brust vergrößern lassen. Du hast ja heute Morgen die Brust... Ja. Und du kannst jetzt schon so telefonieren? Wunderbar. Ich habe zwar weh wie sonst was, aber das ist mir das alles wert. Wie groß war denn deine Brust vorher? Ich habe im Prinzip so gut wie gar keine gehabt. Ich habe sehr viel abgenommen und hatte vorher auch schon nicht so sehr viel und hatte jetzt so zwei kleine Hauttütchen. Die waren noch übrig. Und die sahen halt auch wirklich nicht schön aus. Mit denen konnte man nichts anfangen. Selbst im kleinsten BH... Also es war keine Brust, es waren Hauttütchen. Das waren so kleine Erhebungen nur. Ne, so Tütchen, die so nach unten, wie so leere Tütchen. Also es sah nicht... Da war halt irgendwann mal ein bisschen Busen drin. Ja. Und der war jetzt halt, der ist mit den Kilos geschwunden. Also es sah nicht sehr ansehnlich aus? Gar nicht. Gar nicht. Soweit ich informiert bin, sind das doch ziemlich gravierende Operationen, ne? Sich einen Busen auffüllen zu lassen. Also ich fühle mich pure wohl. Ist das am... Natürlich habe ich einen Wundschmerz jetzt in der Brust. Wie groß sind die Brüste denn jetzt? Also im Moment ist ja alles noch ganz fest eingewickelt. Und so viel sehe ich ja noch nicht davon. Aber wie war dein Wunsch? Was hast du in Auftrag gegeben? Wie groß sollen sie werden? Normal 75B. 75B. Ganz genau. So was, was... Also nicht da jetzt irgendwelche Lollo-Ferrari-Maße oder sowas. Um Gottes Willen, nein. Nee, einfach was, was ein bisschen schön aussieht. Bist du jetzt zu Hause schon? Ich bin zu Hause. Ich muss morgen aber wieder hin. Ich habe die Drainage noch drin. Ich sitze hier mit meinen Blutflächchen. Ja. Also die Drainage, die Röhrchen, die rauskommen, um die Wundflüssigkeit ablaufen zu lassen. Ja, genau. Erstaunlich. Ich dachte, dass man mindestens ein, zwei Tage oder drei Tage im Krankenhaus bleiben muss. Gar nicht. Ich wohne nicht so weit weg von der Klinik. Das ist noch nicht eine Stunde Autofahrt. Das Ganze ist aber unter Vollnarkose gemacht worden. Ganz genau. Ich kam heute Morgen dahin und war dann circa dreiviertel Stunde, Stunde in Vollnarkose. Und habe dann so zwei, drei Stunden gebraucht, bis ich wieder so weit bei mir war. Und bin dann noch auf meinen eigenen Seinen daraus spaziert. Mein Papa ist mit mir gefahren, hat mich begleitet. Und wir waren dann da noch in dem, das ist ein sehr schönes Städtchen, ein Weinstädtchen. Und halbmittags war ja auch sehr schönes Wetter. Und dann sind wir dann noch ein bisschen in die Altstadt. Wie das ging nach der Operat? Ja, ja. Ich hatte die Blutflächchen in meiner Handtasche. Das war schön. Das kann man fast gar nicht glauben. Natürlich sind wir keine Kilometer gerannt. Wir haben also ganz nah da an der Altstadt gefahren. So ein bisschen rumgegangen. Und sind da so in das erste Café, was da halt war. Da haben wir uns auf die Straße oder in das Straßencafé gesetzt. Haben ein bisschen was getrunken. Ich komme aus dem Staunen gar nicht raus. Weil ich kenne es nur und weiß es auch aus eigener Erfahrung, wie man eine Narkose hatte. Deshalb möchte ich es nämlich auch erzählen. Dass man es vielleicht sagt. Deshalb möchte ich es auch erzählen. Und ich bin jemand, ich bin nicht gesund. Und ich bin also wirklich jemand, ich habe auch vorher nur einen Hausarzt gesprochen. Also wenn das für meine Gesundheit irgendwie abträglich gewesen wäre, hätte ich das auch nicht gemacht. Hast du gerade gesagt, ich bin nicht gesund? Was hast du? Ich habe eine Stoffwechselerkrankung. Ich bin schon seit ich 25 bin berendet. Und habe eine Stoffwechselerkrankung. Und bin halt auch durch diese Krankheit sehr dünn geworden. Und war halt jetzt, oder bin halt einfach, ich bin, habe ganz dünne Beine und dünne Arme. Und an mir ist so gar nichts, was mir gefallen hat. Kam, hast du jetzt mit deinem Mann auch lange darüber beraten? Ich habe keinen Mann. Ach, ich dachte gerade, du wärst mit deinem Mann und deinem Papa da gewesen. Nee, nur mit meinem Papa. Nur mit dem Papa, achso. Ja. Also hast du dich dann mit der Familie beraten, ob du diesen Eingriff vornehmen lassen möchtest? Ja. Im Prinzip der Hauptinitiator waren meine Mutter und mein Vater, muss ich sagen. Und dann, nachdem ich es meinem Hausarzt erzählt habe, der mich auch schon seit zwölf Jahren kennt, war auch der. Also es hat niemand gesagt, nee, Kam, nimm dich mal so an, wie du bist. Du bist auch so schön. Das sind so die Reaktionen, die man von Freunden und Bekannten eigentlich kriegt. Dass die im ersten Moment sagen, oh Quatsch und bist du verrückt und was brauchst du das? Und aber, weil die mich alle ein bisschen kennen, wenn man das dann so ein bisschen schildert, dass es mir einfach nur darum ging, ich habe immer nur Walle-Gewänder an, weil ich mir halt so gar nicht gefalle. Und die Endresultate von all diesen Gesprächen war dann zum Schluss, dass wir gesagt haben, weißt du was, lass dir das machen, ich glaube, das tut dir gut. Ja, ich glaube auch, man darf da nicht so leichtfertig urteilen. Wenn jemandem das wirklich gut tut, so ein chirurgischer Eingriff, und ihn das aufbaut, auch seelisch stabilisiert, muss man das machen. Ja. Das sind ja eigentlich immer sehr teure Eingriffe. Weißt du schon, wie teuer ist das Eingriffe? Ja, ja, das ist schon, da kommt man hin, da muss man erst mal bezahlen. Ja, wie viel wird das kosten? 12.000. Wie viel? 12.000. 12.000 Mark. Und das musstest du selbst bezahlen? Mhm. Hast du so viel Kohle? Ich habe einen Grundstock gespart gehabt, habe mir einen kleinen Kredit aufgenommen und meine... Extra einen Kredit dafür aufgenommen? Einen kleinen. Also wie gesagt, ich hätte es können komplett vom Sparbuch bezahlen, aber ich wollte mir nicht mein ganzes Gespartes, ich wollte mir ein bisschen was in der Hinterhand behalten. Und in dem Fall, da gibt es keine Möglichkeit, dass die Krankenkasse da ein bisschen was reinbuttert? Machen die nicht? Nee, normalerweise ist das nur, wenn es ganz enorme Größenunterschiede in der Brust gibt, dass halt einer angeglichen wird. Aber wenn da nur zwei Tütchen hängen, sagen die, da sind zwei Tütchen, die sind gleich groß und dann muss es... Genau, das sind dann eine Schwelze, die zu einem sagen, nehmen Sie da an diesen Sinn, genau. Wahrscheinlich entscheidet das dann eine vollbusige Angestellte von irgendeiner Krankenkasse. Richtig, richtig. Jetzt ist natürlich der Moment, irre spannend, ne? Morgen, ich kann überhaupt nicht schlafen. Morgen wird das schon aufgemacht? Morgen kommt der Verband ab und die Drainage raus und ich kriege morgen dann da so ein Spezial-BH und den muss ich dann acht Wochen tragen. Also, wir drücken dir alle die Daumen. Ich möchte auch, was ich noch loswerden will. Dass die schön geworden sind, meine ich, die Buse. Das war super, natürlich, also schöner als vorher auf jeden Fall. Man kann ja da oben so ein bisschen reinspitzen in den Verband. Aber was ich auf jeden Fall sagen möchte, wenn sich das jemand machen lassen will, nicht nur auf den Operateur verlassen, vorher auf jeden Fall mit irgendeinem Hausarzt sprechen, der einen kennt. Denn eine Narkosemitte ist einfach nicht zu sparen. Ich bin zwar jetzt wahrscheinlich auch einfach überdreht. Man sollte sowieso, wenn man einen solchen Eingriff an sich vornehmen lassen will, gut recherchieren. Und auch zu mehreren Chirurgen gehen, sich beraten lassen. Man muss ja auch ein persönliches Gefühl zu dem Chirurgen bekommen. Also, jetzt geh schon schlafen bald, damit du fit bist. Ich gehe nicht schlafen, ich kann überhaupt nicht schlafen. Ich will überhaupt nicht schlafen. Und dann natürlich hoffen wir alle, dass es ein tolles Ergebnis geworden ist. Und vor allen Dingen, dass es nächstes Jahr ein schöner Sommer wird, damit ich auch was von habe. Damit du im Bikini angeben kannst. Das nicht unbedingt mit meinen dünnen Armen und dünnen Beinen, aber wenigstens mal was mit ein bisschen Dekolleté, was ein bisschen fraulich aussieht. So wird es kommen, Carmen. Ich wünsche alles Gute. Dankeschön. Auf Wiederhören. Bis zum Wochenende und mach weiter so, Jürgen. Dankeschön. Wiederhören. Ingo, 45 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Ingo, was ist dein Thema? Ja, dich zu sprechen ist schwieriger, als sechs Richtige Mütter zu tippen. Naja, ich glaube, die sechs Richtigen sind, glaube ich, noch ein bisschen komplizierter zu bekommen. Eben nicht. Das ist ja mein Thema. Ich wollte nochmal das Thema von gestern ansprechen. Ja, also das Geld. Ich schwimme im Geld. Ja, ich habe also Ende 96 einen größeren Betrag im Lotto gewonnen. Wie viel? 7,66 Millionen. Da muss ich aber auch nochmal richtig durchatmen. 7,66 Millionen. Das mit zwei Reihen. Also mit einer habe ich gewonnen, aber ich tippe immer nur zwei Reihen. Wann war das? Ende 96. Ende November. Ja. So, und damit fing eigentlich das Dilemma an. Ich habe bis 1999, Anfang 1999, also ich bin quasi in den ersten zwei Monaten, Entschuldigung, habe ich mich total verändert. Ich kannte mich selber nicht mehr. Darf ich nur kurz vorher fragen, um es richtig einordnen zu können, was du vorher beruflich gemacht hast? Ja, ich bin auch Fotograf. Ich habe also auch nicht schlecht verdient. Aber ich bin Freiberufler. Und das war natürlich alles nicht mehr wichtig. Du hast dich vollkommen verändert, sagst du, die ersten Jahre. Nein, im ersten zwei Monaten. Erst zwei Monaten. Ich hatte die Zeug. Sofort, als die Kohle da war, habe ich mir sofort am nächsten Tag einen Porsche für 260.000 Mark gekauft. Und weil mir das nicht mehr gut genug war, diesen Tag später, habe ich noch einen BMW für 180.000 Mark nachgelegt. Sag mal, wie geht denn das? Man geht dann zum Porsche-Händler, holt man sich vorher die Kohle vom Konto und bezahlt das dann bar? Nein, man braucht eine Bankvollmacht. Und wenn die Kohle natürlich auf dem Konto ist, dann kriegt man auch die Bankvollmacht. Und dann läuft das ganz normal über Scheck ab. Und das ist also überhaupt kein Thema. Also hast du ganz cool einen Scheck ausgestellt, 180.000 Mark, Porsche so und so. Und dann konntest du ihn mitnehmen? Nein, das war der BMW. Der Porsche war ein paar Mark teurer. Ach, das stimmt. Was sage ich natürlich. Ja, das ist ja jetzt auch wurscht. Nur wollte ich sagen, ich wollte eigentlich zum eigentlichen Thema kommen. Ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt hatte, dass ich 5 Millionen Mark in den ersten zwei Jahren ausgegeben habe. Ich habe die verplempert. 2 Millionen Mark in Immobilien und 3 Millionen Mark nur verplempert. Wein, Weib und Gesang. Aber sag mal, 2 Millionen Mark in Immobilien ist ja nicht verplempert, oder waren das... Nein, das sehe ich auch nicht so, weil ich das heute auch noch besitze. Das besitzt du heute noch. Also da bin ich schon mal beruhigt, das Geld ist nicht gänzlich weg. Nein, nur, was will jemand, der Junggeselle ist, mit einem Haus im Niederlanden, mit einer Wohnung auf Mallorca und mit einer riesen Eigentumswohnung hier zu Hause. Das kann eigentlich nicht normal sein, das kann nur Spinnerei sein. Und dann habe ich Anfang 99 jetzt mal aufgefallen, dass ich krank wurde. Und wenn man so viel Kohle besitzt, dann hatte ich den Eindruck, sei man ein unheimlich wichtiger Mensch. Da darf man jetzt nicht abtreten. Ich bin zu jedem Arzt gerannt und jeder hatte mir bestätigt, der hat nichts. So, alles in Ordnung. Und da habe ich gedacht, du musst irgendwie mal dein Leben ändern. Das kann nicht sein, weil ich konnte mir alles kaufen. Ich hatte schon alles. Sollte ich mir noch einen Porsche vor der Tür stellen, ich bin ja sowieso nur mit dem Taxi gefahren. Also alles wahnsinnig. Und dann habe ich mir überlegt, jetzt vertreibst du mal eine Selbstfindung. Und dann bin ich ins Bergische gefahren, bin in ein Kloster gegangen und wollte da so lange bleiben, also als Gast jetzt. Als Gast im Kloster. Und wollte da so lange bleiben, bis ich halt wusste, was los war. Hatte mir das zwei, drei Wochen. Sind vier Monate draus geworden. Habe auch sehr gut Kontakt da mit den Padres bekommen und mit der Landbevölkerung. Und eines Morgens, ich bin aufgestanden, ich wusste, was ich wollte. Bin nach Hause gefahren, habe den Porsche verkauft, habe den BMW verkauft. Habe mir wieder Aufträge für Arbeit besorgt. Und lebe heute. Ich meine, im Hintergrund ist die Kohle immer noch da. Aber ich habe jetzt eine Freundin, die ich früher nie hatte. Ich hatte nur immer so gewisse Damen. Davon reichlich. Das ist klar, wenn man Champagner für 600 Mark trinken kann. Also kannst du jetzt so sagen, von den 7,66 Millionen sind jetzt noch übrig geblieben um die 2 Millionen? Nee, das ist nicht. Also es kommt ja auch immer was dabei. Das sind wir in der Zeit. Ja klar. Also wie hoch ist dein Vermögen? Was schätzt du so ungefähr? Ich habe jetzt eine größere Spende getätigt von 1,2 Millionen. Jetzt habe ich noch Barvermögen ungefähr von 2,8 Millionen. Und an Immobilien halt noch 2 Millionen. Für wen hast du eine so große Spende getätigt? Da ist eine kreative Einrichtung. Und ich bin jetzt nicht hingegangen und habe da Geld gespendet. Sondern bin über die Kirche hingegangen und habe gesagt, was braucht ihr? Ich kaufe euch das. Weil sonst die Heifte in der Verwaltung hängen bleibt und ich sehe nichts davon. Ja, das ist ein guter Weg so. Ich wollte jetzt nicht als Obermeister da auftreten, aber das war so. Und ich weiß auch genau, das Problem, was ich jetzt noch habe, das habe ich auch den Kollegen da vorhin schon gesagt, meine Freundin weiß nicht, dass ich über so viel Geld verfüge. Ich habe eine Eigentumswohnung, die kostet 500.000 Mark. Sie hatte mir am Anfang immer gesagt, zeig mir doch mal deine Wohnung. Ich wohne auf zwei Etagen. Ich habe ein Wohnzimmer schon von 110 Quadratmetern. Doll eingerichtet. Und da hatte ich gedacht, miete ich dir irgendwo eine kleine Wohnung an. Die sollte ja nicht wissen. Im Übrigen fahre ich jetzt mit der Golf 3 in Gebrauchten. Weil ich ganz normal... Jetzt hast du noch eine andere kleine Wohnung, mit der du dich mit deiner Freundin triffst? Nein, eben das nicht. Ich denke, so viel Ehrlichkeit muss sein. Ich habe ihr erzählt, sie weiß, dass ich auch heute gut wieder verdiene. Ich sage, ich zahle die ab und so. Und ja, aber sie kann dann nicht einschätzen, ob der Schlank nur 30.000 oder 80.000 gekostet hat. Hast du denn diese anderen Häuser auch noch, dieses Ferienhaus? Ja, auch das weiß ich nicht. Das weiß ich auch nicht. Nein, wir sind aber in Miete. So jetzt, wir wollen Anfang des Jahres heiraten. Und jetzt stehe ich auf dem Schlauch. Ich möchte dann natürlich so weit wie möglich rausziehen, ihr das zu sagen. Auf der anderen Sache ist das ja auch eine Sache, das Vertrauen. Finde ich allerdings auch. Vor allen Dingen, wenn du beabsichtigst, sie zu heiraten, finde ich schon, dass sie alles über und um dich herum wissen sollte. Und wenn die Beziehung solide ist und die Liebe fest ist, dann glaube ich auch nicht, dass das ein Problem werden könnte. Ja, aber ich denke, dass sie auch auf einmal anfängt zu spinnen, wenn jetzt noch drei Millionen Mark da sind, dass wir jetzt wieder einen Porsche kaufen müssen. Ja, ist sie so? Du kannst sie doch einschätzen. Nein, sie hätte mir einen Porsche auch nicht genommen. Ja, also dann besteht doch eigentlich auch nicht die Gefahr, dass sie sagt, ich will einen Porsche kaufen. Nein, das nicht. Aber ich habe Angst, weil ich das jetzt schon so lange hingehalten habe. Dass ich sage, hör mal, alter Freund, wir wollten ehrlich miteinander umgehen. Ja, aber umso dringlicher, Ingo, ist es doch, dass du jetzt vor allen Dingen vor der Heirat mit der Wahrheit rauskommst. Und du kannst es ihr ja auch so, wie du es mir jetzt so differenziert erklärt hast, kannst es ihr ja auch erklären. Das ist ja keine böse Absicht, warum du es nicht gesagt hast. Du hast ja selbst sehr große Probleme mit dieser ganzen Geschichte gehabt und hast es immer ja irgendwie noch. Ja, natürlich, selbstverständlich ist alles riesig hingegangen. Also ich habe es als Vertrauensgebruch gesehen eigentlich. Auf der anderen Seite war sie fair genug, mir das zu sagen. Sie arbeitet an Stellen, wo man Auskunft über Leute bekommen kann. Nachdem die meine Wohnung gesehen hat, so wohnt keiner in dieser Lage, dass man so eine Wohnung nicht für 200.000 Mark kriegt, ist klar. So blöd, da kann keiner sein. Da hat sie erst mal Erkundigungen über mich eingezogen. Könnte ja auch kriminell sein, könnte ja auch in der Rauschgiftszene oder was arbeiten. Nein, er arbeitet ganz normal. Und das Thema ist abgeschickt. Wenn ich aber jetzt noch sage, ich habe noch Aktien für drei Millionen und mache noch dieses und habe noch jenes, da sehe ich meine Probleme. Ja, ich auch. Aber ich glaube, es gibt gar keine andere Möglichkeit. Wenn du mit einem guten, korrekten Gefühl in diese Ehe reingehen möchtest oder jetzt in dieser Beziehung schon sein möchtest, geht es gar nicht anders. Ich finde es auch nicht so schlimm. Also wenn ich mich jetzt in die Rolle der Frau versetze, es ist ja keine Verletzung. Gut, du hast nicht so ganz offen die Wahrheit gesagt, aber es steckt ja auch eine ganz bestimmte Problematik dahinter. Und du hast ihr ja damit auch nicht geschadet und letztendlich hast du ihr auch keine Verletzung zugefügt, außer dass du nicht so ganz offen mit ihr umgegangen bist. Ich finde, du solltest es tun. Ja, ich muss es tun. Ja, unbedingt. Jeder Tag, den ich rausschiebe, macht die Sache irgendwie nur schlimmer. So sehe ich es auch, genau so. Wenn ich eins noch sagen darf zum Schluss, weil der Kollege vorhin, mit dem ich gesprochen hatte, danach gefragt hat, sagt er, was würdest du denn jemandem raten, der so viel Geld gewinnt? Ich würde mich auf jeden Fall an die Vorgaben der Lotto-Gesellschaft halten. Man bekommt ja einen Berater zur Seite gestellt und der sagt einem schon, wie man sich verhalten soll. Und dann sollte man probieren, das ist meine Meinung, im ersten Jahr gar nichts zu machen und vor allen Dingen auf der menschlichen Seite bleiben. Du hast gerade gesagt, dass du für Weib, Wein und Gesang, mal so flapsig ausgedrückt, mehrere Millionen verprasst hast. Ja. Was war das denn außer dem Porsche und den Wohnungen noch? Nein, mit Wein und Gesang meine ich was anderes. Ich bin jetzt abends, der Freundeskreis hat sich geändert. Und jetzt wohne ich in der Nähe von einer großen Metropole, in Köln, vermute ich mal. So, und dann lernt man andere Leute kennen. Man lernt Prominente kennen, die sich an einer dranhängen, selbst an mich, weil die wissen, der hat Geld. So, jetzt frage ich, ich frage gar nicht, ich bestelle eine Flasche Champagner. Da sagt der Kellner zu mir, weil er mich nicht kennt und ich normalerweise immer normal gekleidet rumlaufe. Die kostet aber 680 Mark. Deshalb nehmen wir gleich drei Stück. Wenn man da nächstes Mal reinkommt, dann sind die Frauen da rum. Und wenn ich dann noch sage, am Freitag immer, morgen früh habe ich zwei Flüge mit der Concorde nach New York gebucht, aber nur für einen Tag übernachten da nicht. Das kostet 20.000 Mark, ein Flug. Das kostet am Wochenende 100.000 Mark. Dann ist man der König. Aber für mich war es nicht gut. Ich bin dadurch abgerutscht. Man ist ja, ja klar, man ist der König und man kann natürlich auf die Art und Weise sehr schnell sehr viel Geld ausgeben. Ja, das war ja genug da. Das war ja nicht das Thema. Ja, aber ich kann verstehen, dass man da menschlich ganz leer wird bei. Ja, das war ja das Problem. Ich dachte, ich sei krank. Also dein Tipp für den Lottogewinner, der morgen Abend die Millionen gewinnen wird, er soll sich an die... Ja, das mache ich ja wieder. Morgen Abend bin ich wieder dran. Du spielst noch Lotto? Nur die zwei Reihen noch. Ach. Früher habe ich jede Woche für 4.000, 5.000 Mark gespielt, nach dem Lottogewinn. Aber man wird gierig. Ehrlich, bist du jetzt auch gierig? Nein, ich spiele meine zwei Reihen weiter, weil das die Zahlen sind, die ich jetzt seit meinem, was weiß ich, 18 Lebensjahr kenne. Also mehr so als Gewohnheit, nicht in der Hoffnung nochmal einen großen Gewinn zu machen. Nein, nein, sowas passiert nicht nochmal. Also dennoch raten wir dem Lottogewinner für morgen, dass er sich an die Vorgaben der Lottogesellschaft halten sollte. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Alles Gute und sprich mit deiner Freundin und deiner... Zukunftliche Frau unbedingt, ja. Schönen Abend. Ich dir auch. Alles Gute. Wiederhören. Anna, 19 Jahre alt. Ja, hallo. Hallo, Anna. Manche Leute sind mir so nah am Telefon. Das liegt an den Leitungen. Also würdest du nebenan sitzen, aber wahrscheinlich bist du irgendwo weit draußen in Deutschland. Ja, auch eigentlich auch noch vom Handy. Also wundert mich, wenn die Leitung gut ist. Na gut, also Anna. Mein Thema ist, dass ich mich selber im Moment als stark suizidgefährdet einstufe. Zur Vorgeschichte. Meine Eltern haben sich vor anderthalb Jahren entschlossen, nach Bayern zu ziehen. Ich bin damals wegen meinem Freund in Nordrhein-Westfalen zurückgeblieben. Und bin halt damals dann auch prompt, meine Eltern waren gerade zwei Tage in Bayern, bin ich dann, habe ich festgestellt, dass ich schwanger bin. Ich bin damals massiv von meinen Eltern, von meinem Freund, von der Familie meines Freundes da zu einer Abtreibung gedrängt worden. Und ich war damals nicht stark genug, dem zu widerstehen, obwohl ich dieses Kind haben wollte. Ich habe mich also dazu zwingen quasi, weil mir wurde halt vor Augen geführt, wenn du dieses Kind bekommst, zerstörst du unser aller Leben. Und wenn du uns liebst, dann kriegst du dieses Kind nicht. Dann habe ich dieses Kind halt nicht bekommen und bin dann halt danach mit meinem Freund zusammen in eine Wohnung gezogen. Und ich bin einfach damit nicht fertig geworden. Das heißt also, ich habe Verfolgungszustände bekommen. Ich habe also in dieser Wohnung, ich habe mich dort eingeschlossen. Ich habe diese Wohnung nicht verlassen. Ich habe ein Jahr lang in dieser Wohnung gewohnt, ohne wirklich wegzugehen. Und wenn dann halt nur in Gemeinschaft mit meinem Freund, also zum Einkaufen oder so, aber nicht alleine oder selten. Ja, vor einem halben Jahr habe ich dann meine Eltern mal angerufen und habe gesagt, Hallo Leute, ich brauche Hilfe, ich kann nicht mehr, ich bin fix und fertig. Ich sitze in dieser Wohnung, ich komme hier nicht raus, ich kriege die Schuhe nicht gebacken, ich gehe da nicht hin. Aber was hat dein Freund denn in der Zeit überhaupt gesagt und wie ist der damit umgegangen? Der hat es nicht gemerkt. Aber der muss doch merken, wenn du nicht aus dem Haus gehst und ganz zurückgezogen bist. Ja, der hat es anfangs nicht gemerkt, die letzten drei Monate hat er es schon gemerkt. Aber er ist damit auch nicht zurecht gekommen und er hatte auch nicht die Kraft gehabt, mir den Arsch zu treten, dass ich aus dem Haus rauskomme. Dann hast du bei deinen Eltern angerufen? Ja, vor einem halben Jahr war das. Ich habe von meinen Eltern keine Hilfe bekommen, ich habe von meinen Eltern nur anschreien bekommen und jetzt gehst du zur Schule und wenn du nicht zur Schule gehst, dann kürzen wir dir das Geld. Ich habe Unterhalt von meinen Eltern bekommen. Du sagst, ich habe bei meinen Eltern angerufen. Heißt das, dass du viele Monate oder fast ein halbes Jahr oder ein Jahr gar keinen Kontakt mit denen hattest? Doch, ich hatte schon Kontakt mit denen. Ich bin da auch öfters hingefahren, aber diese Zugfahrten waren der reinste Horror auch immer. Also um es zu verkürzen, bei den Eltern findest du überhaupt gar keine Hilfe, sondern nur Ablehnung und Tälte? Nein, noch viel schlimmer, noch viel schlimmer und zwar jetzt vor drei Wochen habe ich mich dann nochmal an meine Eltern gewandt und habe gesagt, ich schaffe es nicht und da haben dann meine Eltern gesagt, du kommst jetzt sofort hier zu uns nach Bayern. Ich habe an und für sich gedacht, dass das eine Hilfe für mich sein könnte, dann bei meinen Eltern zu sein, um dort aufgefangen zu werden. Ja, aber es hat sich dann so herausgestellt, meine Eltern sind stinksauer, dass ich dieses Jahr sozusagen verschenkt habe. Also, die Haushaltshilfe von meinen Eltern, die hatte gekündigt und ja, dann habe ich den Job bekommen. Bist du jetzt auch in Bayern? Telefonest du von deinen Eltern? Nein, ich bin vor drei Tagen geflüchtet. Ich habe das nicht mehr ausgehalten, nachdem meine Mutter mir wortwörtlich ins Gesicht gesagt hat, sie wird emotional in mich nicht mehr investieren. Ich hätte von ihr keine Liebe mehr zu erwarten. Und das hat sie mir morgens gesagt und mein Freund hat mir abends gesagt, dass er nicht mehr mit mir zusammen sein möchte. Mein Gott, Anna. Wo bist du denn jetzt im Moment? Ich bin, also man muss dazu sagen, mein Vater in Bayern ist nicht mein richtiger Vater. Ich bin dann zu meinem Papa abgehauen, hier in der Nähe von Hannover. Meine Eltern sind stinksauer, dass ich gegangen bin. Ja, mein Freund hält mich irgendwie die ganze Zeit hin. Er sagt mir, er möchte sich trennen. Vor zwei Tagen sagt er mir, aber er liebt mich. Also bei dir bricht alles zusammen im Moment? Ja, ja. Ich werde von allen allein gelassen. Weißt du, was jetzt ganz misslich ist, Anna? Jetzt habe ich erst mal so die Grundgeschichte verstanden. Und du hörst es vielleicht gerade im Hintergrund. Das ist das Signal, dass die Sendung gleich zu Ende ist. Aber wir wollen dich auf keinen Fall jetzt alleine lassen. Ja. Ich habe eine wunderbare Psychologin hier, das ist die Elke. Und ich möchte, dass du gleich mit ihr redest, jetzt im Anschluss an unser Gespräch. Das heißt, du legst jetzt auf und wir rufen dich gleich wieder an. Und dann haben wir richtig Zeit, alles wirklich genau zu bereden und uns auch vielleicht einen Plan zu machen. Das schaffen wir ja jetzt gar nicht mehr in ein paar Sekunden. Ja? Also leg mal auf und wir rufen, wir melden uns gleich bei dir wieder. Okay, danke. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, das war es für diese Woche von Domian. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinen Teams aus dieser Woche und von letzter Woche. Nämlich bei Thomas Reinke, Wolfram Spikowski, Roland Lohr, Marco Rösseler, Leo Scholten, Johannes Hiller, Angela Koch, Henning Kaiser, Peter Osjanowski, Axel Rottländer, Jürgen Clemens, Stefan Gerig und Ferdinand Nies. Nächste Woche in der Nacht vom Montag auf Dienstag haben wir die tausendste Sendung. Da könnt ihr hier anrufen und mich alles fragen, was ihr von mir immer schon mal wissen wolltet. Und in der Nacht von Donnerstag auf Freitag heißt das Thema Frust mit der Lust. Ich freue mich riesig auf die tausendste Sendung. Und jetzt gehe ich erstmal ins Wochenende, tanken ein bisschen Kraft und Energie, um wieder fit und froh, dann Montagnacht hier zu sitzen. Und ich freue mich auf euch. Ich hoffe, ihr seid ja auch alle da. Schönes Wochenende bis Montag. Ciao. Vielen Dank. Ciao.